Guten Tag, die Damen und Herren und wieder. Bekommt direkt zu Black Ops 2 in Multiplayer-Modus. Diesmal auf 30 Frames, aber mit Facecam. 60 Frames und Facecam, das funktioniert, aber da ist die Qualität irgendwie auch ziemlich hinüber. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Liegt vielleicht an der Kamera, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir wollen ja weiterspielen. Ich habe ein Match, jetzt habe ich mich angezockt, beziehungsweise warm gespielt. Aber die Reflexe sind halt echt aus der Hölle. Leckt mich am Arsch, ey. Zu kurz. Ist bestimmt da hinten, oder? Hilfe, ich muss da weg. Leider hat das nicht so ganz hingehauen, wie ich das gewollt habe. Ich sollte vielleicht auch die Waffe wechseln. Ja. Danke. Ich habe nicht gecampt. Fuck. Leckt mich am Arsch. Mist. Nein. Okay, egal. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Okay, wir werden von links beschossen. Abschuss bestätigt. Den habe ich auf jeden Fall mitgenommen, den Jungen. Ich dachte, da steht einer. Krank. Okay, du hast es. Wunderbar. Was ist das für eine Waffe? Ach, das war die Shotgun, ne? Oh, ne, du bist nicht... Wow! Alter! Hi! Ja, der steht da. Der steht da und campt. Okay, den hätten wir. Wunderbar. Den auch. Abschuss bestätigt. So, darf ich... Ich muss mir ganz kurz regenerieren hier. Hilfe! Scheiße! Ja, Mist! Ah, der Sack. Der Sack. Oh, ich habe ja... Wunderbar. Wusste ich gar nicht. Oh. Okay. Den... Na! Okay. Gerade noch so überlebt. Ich bitte halt... Alter, geil! Er muss man zugeben, das war echt super. Ganz ehrlich. Das war taktisch. Taktisch war das gut. Feindliche Vorräte unterwegs. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Oh, ne, geh weg! Ich will nicht schon wieder von der Hunter-Killer gekillt werden. Nicht schon wieder. Ich werde immer von der Hunter-Killer gekillt. Oh, kacke. Oh, toll. Wo ist der? Ich sehe ihn doch auf dem Radar. Och, Mann. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Unfucking fassbar. Oh, scheiße. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja. Nee. Hast du ihn? Hast du ihn? Hab ich ihn halt. Oh, traumhaft. Wichser. Äh. Nein, okay. Ich muss nicht nachladen. Oder nachziehen. Kennt das ja bei der Waffe, ne? Muss man ja immer manchmal so nachziehen. Verdammte Scheiße. Wo war der? Ich hab den nicht gesehen. Oh, scheiße. Ich hab nur ein Messer. Neben dem Sniper. Das ist nicht gut. Das Problem ist halt, der kann jetzt hier überall sein. Wer damit? Alter, was hab ich für einen Akzent? Alter, das hat nix mit Skill zu tun gerade. Shit. Hey, du bist da oben, ne? Okay. Da ist doch so ein Warnpropel, ne? Alter. Ich hab's rasten. Wir sind die Teams. Teams sind in Ordnung. Wichs, Backe. Verdammte Axt. Oh, nein. Feindlicher Hunter Killer, feindlicher Blitzschlag. Leck mich doch am Arsch. Wir verlieren alles, wofür wir gekämpft haben. Mhm, mhm. Na, will nicht kommen. Ach, das ist mit Taktikmesser. Das ist geil. Okay, das ist prima. Aber will ich nicht. Achtung. Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Ach, traumhaft. Dann renge ich mal da hoch. Da hoch und gucken. Ah, hi. Ich bin in deinem Team. Bitte? Bitte? Es ist ein knapper Kampf. Wendet das Blatt. Respekt. Respekt. Muss man sagen. War gut. Wieder der gleiche, oder? Nee. Hm. Ich würd gern wenigstens einen noch mitnehmen. Hilfe? Ach, scheiße. Das war unseres, ne? Ja. Wer gewinnt denn? Schade. Hilfe. Ich will nicht der Letzte sein. Weg ist es. Ich war nicht der Letzte. Boah. Das war echt nicht so gut. Ne? Huch. Wir sind jetzt los. Verbindung zum Haust verloren. Gut. Alles klar. Gar kein Problem. Ja, dann würd ich sagen. Nächstes Match, oder? Ich hab mir gedacht, wir machen mal wieder Hardcore auf Mirage. Mirage, Mirage. Was war das denn noch? Ah, die Karte. Hardcore. Team Deathmatch. Kontaktfreigabe wurde erteilt. Den hab ich gerade mal gemutet. Der hat ein bisschen genervt. Genervt. Nicht genervt. So, wie schaut's aus? Das war... Fuck. Leck mich am Arsch. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Und ich bin gar nicht so schlecht mittlerweile. Das sind halt so Doofheitsfehler. Ganz ehrlich. Und das nervt mich, weil ich weiß, dass ich besser bin. Seht ihr? Da. Das war unser Mate. Oh, Junge. Du kämpfst ja jetzt nicht, ne? Penis. Kannst froh sein, dass ich keine Granate mehr hab. Echt. Kannst froh sein, dass ich keine Granate mehr hab. Scheiß auf den. Dann rettet der mich noch nicht mal. Was sagst du? Wer? Welcher von den Campern? Da rettet der mich noch nicht einmal. Dann war ich schneller. Hm. Ich sag jetzt, ich glaub hinter mir ist einer. Ich will aber grad nicht nachgucken. Egal. Wir gucken mal nach. So geht's auch. Bisschen später. Achtung. Ein Petrone nähert sich. Penis. So ein Glied. So ein Glied. Gut, der ist nicht schon wieder da hinten. Hilfe. Hm. 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 Kein gutes Gefühl. Mist. Ach, das muss ich mir aufschreiben. Das war gut. Ah. Wie? Schatz, denn? Teams sind in... Mist. Ich hab ja ne Pistole auch. Witzig. Mann. Mann. Diese Camper, das ist so nervig. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber dieses ganze Gecampern, das muss doch nicht sein. Nicht beim Hardcore-Modus. Sagte er und wurde aus dem Fenster erschossen. So. Tod. Vergeltung. Genau das. So. Kommt da noch einer? Ja. Ich kack mich ein. Wo war er? Hilfe. Okay, dann kommt bestimmt... Oh ja, block mich. Genau. Wow. Das war gerade sehr knapp mit dem Teammate. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte ihn fast kaputt geschossen. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Aber da kommt halt wieder der Skill raus. Ja, der nett. Achtung. Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Tod? Nö. Egal. Hm. Was hat denn der da? Ja, die ist gut. Die nehm ich. Ist das nicht ein Friedensstifter? Doch. Geil. Ja, dann nehm ich den doch gerade. Komm. Mit ist hier einer? Nett. Himmel. Shit. Scheiße. Geschickt mir recht, da ich den... Äh... Alles cool, Kumpel? Kommt doch bestimmt einer. Hm. So schaut's aus. Achtung. Auch wenn meine Hände wieder ein bisschen schwitzig sind. Einen Moment. Wo hat... Hatten die ihn... Haben die einen Radar? Haben die einen Radar? Weil wenn ja, würde ich das gern wissen. Weil er hat... Keine Ahnung. Na, egal. Ich schau mir die Demo von dem an und dann... Wird das schon. So. Ja, okay. Ja, okay. Nein. Mist. Äh... Fächer... Ich bin Erster. Ach, Mist. Verflucht. Himmel? Okay, last shot. Dann müsste der jetzt von rechts kommen. Nee. Aber dann von links. Verdammt. Wer gewinnt denn überhaupt? Wir nicht. Mist. Ja, genau. Genau das. Weiß nicht, was du sagst, aber es wird schon richtig sein. Ich bin ein bisschen... No worries. Woah. Alter. Kommt doch nicht so hinter mich. Meine Güte. Ja, scheiße. Das ist hier offenes Gelände. Das ist halt Kacke. Okay, ist niemand. Auch nicht. Fuck. Kacke. Und jetzt fängt der Server an zu lecken, oder was? Oh ja, übel. Jetzt fängt sie übelst an zu lecken. Oh. Danke und tschüss. Okay, wir gehen nach links. Gut, Dab ist tot. Oh, was ein Leck. Mist. Egal, ich bin Erster. War gut. War gut. Hm. Nein. Ne? Ach, der ist nach hinten gelaufen. Ja, okay. Danke. Hm. Was willst du machen? Tot ist tot. Oh Gott. Was ein super Satz. Danke. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit der Aufnahme und im nächsten Mal geht es dann direkt weiter. Da ist ganz schöner Wind heute, kranker Mist. Gut. Wie gesagt, ich mache einen Schnitt, im nächsten Mal geht es weiter. Bis denn da. Haut rein. Dруг cow. Vielen Dank.